Hallo zusammen, heute sprechen wir darüber was ein Split Token, das Splitting Verfahren, das Splitting Verfahren selbst ist und was Belungen für Splits bedeuten. Wir werden den gesamten Splitting Prozess gemeinsam durchgehen und sehen was er bedeutet und wie er funktioniert. Das Splitting ist eine neue Erscheinung. Es ist kein Staking, kein Mining, kein Minding, kein Farming. Das heißt, keine vertraute Methode zum Schürfen von Coins kann Ihnen dabei helfen, komplett zu verstehen, wie das Splitting funktioniert. Aber wir werden es heute herausfinden. Auf dem Bildschirm sehen Sie also die Benutzeroberfläche der Smart Wallet. Dies ist eine Anwendung, die jetzt auf allen Plattformen verfügbar ist. Sie finden diese im App Store für iOS und bei Google Play, wenn Sie ein Android Smartphone haben. Wenn Sie am Splitting teilnehmen möchten, sollten Sie beachten, dass Ihre Anwendungsversion nicht älter als 1.5.0 sein darf. Für iOS und Android braucht man genau diese Version. Um zum Bildschirm mit Splits zu gelangen, müssen Sie den entsprechenden Split Token in der Coinliste auswählen. Bei uns steht immer Smart an erster Stelle, dann Ultima und dann Split. Bei der Auswahl des Split Tokens sehen wir auf dem Bildschirm das Guthaben unseres Tokens, seine Wallet und seinen ungefähren Gegenwert und USDT. Es gibt hier auch nützliche und notwendige Schaltflächen. Receive, Empfangen, Send, Senden und Transactions, Transaktionsverlauf. Hier sehen wir, wie viele Splits wir insgesamt hatten. Das heißt, auf diesem Bildschirm können wir uns alle Informationen wie bei einem einfachen Token ansehen. Und um zum wichtigsten, zum Hauptwerkzeug zu gelangen, müssen Sie die Schaltfläche Splitting anklicken. Es öffnet sich ein Bildschirm. Das erste, was uns hier interessiert, sind natürlich Splits. Dies ist das Guthaben unserer Split Tokens, die wir an unsere Wallet übertragen haben. Nur die Tokens, die sich in ihrer Wallet befinden, können am Splitting teilnehmen. Ihre Lebensdauer beeinflusst den Erhalt von Belohnungen für Splitting. Wir sehen, wie viele Splits es derzeit in der Blockchain gibt. Jetzt können Sie sehen, wie viele davon bereits in den ersten vier Arbeitstagen erschienen sind. Das sind 1.765.427 Splits. Das ist viel. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht damit gerechnet, dass es so ein großer Betrag sein wird. Der nächste Block bezieht sich auf die Belohnung und auf die Helving-Periode. Ich möchte Sie daran erinnern, dass man mit Helving einen Vorgang bezeichnet, bei dem die Anzahl der ausgegebenen Tokens genau um die Hälfte reduziert wird. Wir sehen nun drei Blöcke auf dem Bildschirm. Der erste Block zeigt die tägliche Belohnung. Das ist die Anzahl der Tokens, die das System innerhalb eines Tages verteilen kann. 51,84 Hundertstel Ultima Tokens. Das bedeutet den höchstmöglichen Betrag der täglichen Belohnung für alle Splitting-Inhaber. Als nächstes sehen wir Current Block und Final Block. Was sind das für Zahlen? 5 Millionen? 10 Millionen? Das ist der Zeitraum, in dem die aktuellen Bedingungen für die Belohnungsberechnung gelten. Das heißt, bei der aktuellen Halbierungsperiode, die mit dem ersten Block begangen und bis zum 10-millionsten Block andauert, beträgt die tägliche Belohnung 51,84 Ultima Tokens. Sobald 10 Millionen Blöcke und ein weiterer erstellt werden, wird die Belohnung kalbiert und beträgt ein wenig mehr als 25 Ultima. Und so wird es alle 10 Millionen Blöcke geschehen. Wir sind es gewohnt in Kalenderbegriffen zu denken. Tage, Stunden, Minuten, Treffen, Reisen, Urlaub, 2 Wochen, 3 Wochen, 1 Jahr, 2 Jahre, 1 Monat, Kaution, Deposit, Hypothek und so weiter. Aber die Blockchain versteht nicht, was ein Kalender ist. Dafür weiß sie, wie viele Blöcke geschaffen wurden. Beispielsweise erfolgt das Helving im Bitcoin-Netzwerk alle 4 Jahre. Und das geschieht in einem bestimmten Block. Wir Menschen haben ausgerechnet, dass dieses Verhältnis etwa alle 4 Jahre eintritt. Aber niemand kennt das genaue Datum und die genaue Uhrzeit. Wann dies passieren wird und wann genau die erforderliche Blöckeanzahl erstellt wird. Zu welchem Zeitpunkt dies geschehen wird, kann man anhand aktueller Daten nur raten. So funktionieren alle Kryptowährungen, die gesamte Blockchain. Sie sehen also, dass sie derzeit fast 6 Millionen Blöcke haben und der finale Block nach 10 Millionen erstellt wird. Das bedeutet, während weitere 4 Millionen Blöcke erstellt werden, wird die Belohnung 51,84 Hundertstel Tokens pro Tag betragen. Schauen wir uns den Wert My Estimated Reward an. Meine erwartete Belohnung. Warum erwartete? Weil die Anzahl der Blöcke in der Zeit, in der unser Bildschirm geöffnet ist und wir hier sitzen und kommunizieren, bereits mehr werden könnte. Dementsprechend kann dieser Betrag möglicherweise nicht genau der Belohnung entsprechen, sie bei der Bestätigung des Erhalts ihrer Prämie fixiert wird. Was ist sonst noch wichtig auf dieser Ansicht zu verstehen? Der Wert My Estimated Reward wird ausschließlich auf der Grundlage der Zeit berechnet, in der sich die Split Tokens in ihrer Wallet befanden. Dabei wird das Alter der Tokens bei jedem Split, bei jedem Splitting, wenn sie eine Belohnung anfordern, zurückgesetzt. Und das ist auf der Registerkarte My Splits deutlich sichtbar. Sie können das anklicken und alle vorhandenen Splits anzeigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es unmöglich ist, eine Belohnung für einen Token zu erhalten, der weniger als einen Tag in ihrer Wallet aufbewahrt wurde. Dies ist die Regel des Contracts selbst. Es gibt einfach einen bestehenden Split Contract, der Ultima Tokens unter allen Splitting Teilnehmern verteilt. Alles funktioniert auf der Blockchain Basis. Sie sind ein vollwertiger Teilnehmer in diesem Prozess und nur sie sind sein Initiator. Wenn wir jetzt zurückgehen, wird die Zahl aktualisiert. Sie sehen, sie ist gewachsen, während wir darüber gesprochen haben. Also noch einmal. Es gibt keinen Kalender und keine Uhr in der Blockchain. Wir wissen nicht genau, wann ein Ereignis darin stattfinden wird. Aber wir können ungefähr wissen, wie viel eine Sekunde kostet. Und wir wissen genau, wie viele Sekunden ein Tag hat. Es sind 86.400. Die Blockchain kann übrigens Sekunden zielen, weil sie weiß, was Unix-Time ist. Das ist die weltbekannte Zeit, die am 1. Januar 1970 eingeführt wurde, bei der die Sekunden im Zahlenformat ausgedrückt werden. Wie viele Sekunden ihre Splits bereits auf ihrer Wallet waren, ist der Blockchain also bekannt. Die Aufwahrungsdauer der Tokens in ihrer Wallet bestimmt also die Höhe der Belohnungen. Aber es gibt einen interessanten Moment. Wenn Sie den Knopf nicht jeden Tag drücken, werden Sie folgendes sehen. Die Anzahl der Sekunden wird wachsen, der Sekundenwert wird auch wachsen. Aber die Anzahl der Splits in unserem System wächst auch. Wie wir wissen, ist ein Smart-Contract keine Datenbank. Er wird in keinem physischen Speicher aufbewahrt. Er kann lediglich eine mathematische Berechnung durchführen und dabei immer das bestehende Format verwenden. Wie viele Splits sind derzeit vorhanden? Das heißt, die Anzahl der Splits wird jeden Tag höher. Denken Sie daran, dass die Split-Anzahl immer wachsen wird und die Belohnung kleiner werden kann. Deswegen können Sie selbst entscheiden, was für Sie profitabler ist. Jeden Tag den Knopf zu drücken oder einen Monat oder zwei, drei Monate abzuwarten. In dem Moment, in dem Sie diese Aktion ausführen, rechnet das System entsprechend der Gesamtzahl der Splits im Netzwerk. Lassen Sie uns nun auf die magische Schaltfläche Claim Rewards – Belohnung anfordern klicken. Bitte beachten Sie, Freunde, dass dieser Betrag an jemanden verschickt wird. Er wird Ihnen nirgendwo gutgeschrieben. Dies sind keine Tokens, die man Ihnen gibt. Es finden keine Überweisungen und Transaktionen statt, solange Sie Ihre Belohnung nicht beanspruchen. Wenn Sie auf diese Seite kamen, hat das System Kontakt mit der Blockchain aufgenommen. Herausgefunden, wie viel Sie derzeit laut Ihrem Contract haben und Sie darüber informiert. Es ist Ihr Recht, auf Claim Rewards zu klicken oder noch nichts zu entnehmen. Klicken wir jetzt auf Claim Rewards und wir sehen die Bestätigung der Information, dass alle Splits bei uns bereit sind. 70 Splits in einer Transaktion. Eingehende Split-Transaktion für 70 Tokens. Jetzt kann ich dem Erhalt der Belohnung zustimmen. Und mir als Initiator wird eine Fee in Rechnung gestellt, eine Gebühr. Hier möchte ich einen Hinweis geben. Die Netzwerkgebühr, Network Fee, wird immer von demjenigen bezahlt, der die Blockchain betreibt. Das heißt, es bezahlt nicht derjenige, der empfängt, sondern derjenige, der initiiert. Derjenige, der sich mit einer Frage, einem Wunsch oder einer Berechnung an den Smart Contract wendet. Alle Aktionen erfordern Energie. Und sie wird von jedem Menschen bezahlt, der die Ausführung dieses Smart Contracts einleitet. Sie stimmen beispielsweise zu, dass Sie bereit sind, die Belohnung zu erhalten. Sie haben 0,2772 Millionstel. Wir klicken auf Konfirm, Bestätigen und sehen, dass die Belohnung angefordert wurde. Sie haben sie beantragt. Sie werden belohnt dafür, dass die Splits in Ihrer Wallet aufbewahren und die Regeln einhalten. Wir klicken auf OK. Und jetzt sind wir auf dem Ultima-Bildschirm. Hier sehen wir die eingehende Transaktion. Und sie ist höher geworden, als sie beim Knopfdruck war. Weil die Sekunden immer mehr werden. Während wir gedrückt haben, vergingen bereits einige Sekunden. Somit bekommen wir nicht 0,2772 Millionstel, sondern 0,2781 Millionstel. Schauen wir uns diese Transaktion an, kopieren diesen Hash und kehren zu unserem Explorer zurück. Fügen wir den Hash und unseren Explorer ein. Und wir sehen, dass alles erfolgreich war. Hier ist unser Hash, hier ist die Summe unserer Tokens, hier ist unser Token Tracker selbst. Wir sehen, woher der Betrag kam, von welcher Adresse. Das heißt, das bin ich, der Besitzer dieser Wallet, habe den Smart Contract initiiert. Wir sehen, dass dort Trigger Smart Contract steht. Das bedeutet, dass ich den Prozess angefordert habe. Hier ist diese Wallet, hier ist dieser Contract. Der Wert ist 0 Smart, da ich nicht mit Smarts gearbeitet habe. Ich habe mit SRC20 gearbeitet, das ist der Standard unseres Tokens. Man hat mir 0,2781 Millionstel Ultima geschickt. Schauen wir uns nun die Netzwerkgebühr an. Dies ist die Menge an Kontrollpunkten und Energie, die für die Abwicklung meines Smart Contracts verwendet wurde. Und jetzt hat das System mir 21,8862 Tausendstel für die Überarbeitung und Ausführung meiner Anfrage abgezogen. Dies war eine Anfrage für 70 Tokens und manchmal sind es mehrere Anfragen auf einmal. Von hier 5, von dort 3, dann wird der Betrag unterschiedlich sein. Das heißt, bei äußerst komplexen Berechnungen kann eine Gebühr von 100 oder sogar 140 entstehen. Niemand hat jemals 200 erreicht. Kehren wir noch einmal zu unserer Wallet zurück und sehen, was mit unseren Splits geschehen ist. Wir gehen zur Seite und klicken auf Splitting. Und der Countdown beginnt. Sie müssen noch 23 Stunden und 50 Minuten warten. Bis die Tokens bereit sind, kann selbst der Smart Contract nicht sagen, wie viel mir zusteht. Wenn 84.600 Sekunden vergangen sind, wird mir der Wert sofort angezeigt. Wenn Sie Split Tokens haben, Sie bereit sind und solche, die noch nicht bereit sind, was wird das Smart Contract tun, wenn Sie eine Belohnung beantragen? Sie haben 150 Splits. Wie viele davon sind bereit, um eine Belohnung zu erhalten? Angenommen, einen. Bitteschön, das Smart Contract hat seine Arbeit durchgeführt. Er hat Ihnen die Belohnung für einen Token vergeben und Sie verbleibenden 149 zusammen mit einem fertigen auf 0 zurückgesetzt. Das heißt, das Timing beginnt von vorne. Deshalb, Freunde, seien Sie bitte vorsichtig und aufmerksam. Wir sehen, dass wir Splits haben. Das ist meine große Transaktion mit 70 Tokens. Der Timer läuft 23 Stunden. Wenn mir jetzt jemand etwas überweist, habe ich das Splitting Nummer 2. Und hier wird der Timer anders gezielt. Wenn alle Tokens reif sind, kann ich das Splitting noch einmal durchführen. Die Tokens werden zusammengezählt und es werden mehr als 70 Tokens sein. Wenn Sie also aus Ihren TVU Wallets auszahlen, bekommen Sie eingehende Transaktionen. Eine, zwei, drei, vier. Wenn Sie splitten, werden Sie vereint und der Countdown für den gesamten Betrag beginnt erneut. Das war also unser heutiges Treffen, das im Prinzip der Blockchain gewidmet war. Wir wissen jetzt, dass als Zahler immer der Initiator des Contracts fungiert. Wir haben herausgefunden, wie man Splits erhält und an der Verteilung der Belohnungen teilnimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg an alle!